äh sieben, dann werde ich mal anfangen, ne? Kieptop Match Runde 2 Niklas links und Julian rechts. Viel Spaß, ist für euch freigegeben. Super. Auf Wiedersehen. Brick City live. Brick City. Denke ich mir auch gerade. Erstmal Stand by Main. Willst du auch mal machen? Ne. Alles klar. Dann. Äh, Main Face. Perfekt Ashuna. Chain Gryphonrider. Ist okay. So stimmt. Keine Ahnung kann ich gewinnen. Nö, nö. So. So. 3, 4, 5. Da wäre das. Synchro. Mhm. Nö. No. Nö. Nodelfieber. Ja. Nodelfieber. Ja. Das ist okay. Das ist okay. Nö. Lass ihn gleich auf dem Feld. Eventuell Aurora dann. Ja. Das einzige Play, was hier Sinn macht. Äh. Aurora dann. Aurora dann. Effekt. Ja. Und das war der Effekt. Dann. Synchro 4. Ja. Ja. Aschuna Effekt. Ja. Für. Ja. Äh. 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 Genau. Das war jetzt wieder ein bisschen zu schnell. Weil da muss ja erstmal der Effekt besorgen. Ja. Muss erstmal ein Monster. Erstmal. Und dann würde ich mit Synchro 7 gehen. Außer du willst was machen. Nö. Für den guten alten Yazi. Äh. 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 Effekt. Ja. Perfekt. Jo. Zwischen zusammen. Soja hinter. Jo. Muss Yazi ein Death besorgen. Äh. Ja dem schönen Death. Ja. Alles klar. Effekt. Jo. Äh. Atara Effekt. Hm. Dann. Synchro 8. Jo. Shi Jo 1. Teil 2. Ja. Aaaaaaah. Waaah. Heide durch Heiwald. Ja. Heide gegen durch irgendwo. Pferd. Hier. Pferd. Pferd Langyen. Hier. Pferd Cain. Hier. Pferd. Ja. Und, genau, so, so, so. Und, darf ich mir den nochmal durchlesen? Der Lammian. Der Böse Lammian, ja. Der Böse Lammian. Alles klar. Gut. Dann, äh, war's das für meine Seite der Erbefutter? Ja. Stand by Name. Ja. Deswegen ist er da. Ja. Von Hand oder vom Deck aufm Frito-Fan-Grenz. Richtig. Ein Monster, ja. Mit Chention ist es Makropasmus. Super. Eigentlich ist Chention nicht hier. Wer ein Bastard. Und? Also, ich sehe, du spielst Eis bei ihr. Ja. Mein Lieblingsdeck. Fühlig. So, würd ich anfangen? Ja. Erst lang. Auf, rein, gutes, jawohl. Stand by. Ja. Main? Ja. Schau mal, Black Metal. Ja. 1, 2? Ja. Ein Deck, das keine Normus haben gebraucht. Was ein Zufall. Ja. Ich hab gehört, die sind mittlereihe ganz viel schlechte Decks. Ja. Normus haben, also Alistar ist immer noch eine sehr gute Karte. Ja. Und, also. Ja. Ziehst du noch was? Oder ansonsten würde ich erst mal abheben. Kommt, wir gucken mal. Ja, bevor du ziehst, hebe ich nochmal ab. Beziehungsweise. Ich hab's nicht mehr zu Schaffeln, genau. Äh, Thing. Warte, mach ich das so, mach ich das so. Äh, Care Space. Care Space, das ist, äh, not bad. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Boot, das was du suchst. Und in Redden die drei Unbekannte, ne? White? Ja. White. White Supremises. Du spielst schon Racist Token. Weißt du's. Zuschauer wissen's nicht. Special, Summon. Ja. Summon... 4. 1, 2. Ja. Wie viele waren die Summoner entdeckt? Taten? Ja. Äh, 47. Ja. Ja. Double-Sleeve ist unser... Ah, ist jetzt Ravine geändert, ne? Ja. Ravine und Black. Banish White, Summon Black. Ja. First Face? Ja. Auf White. Ja. Ja. Judge? Ne. 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 10 Jahre Decks. Das ist kurz zu überlegen, sorry. Alles gut, Game 1 war relativ schnell. Ich vermisse die 50 Minuten von Remote. Das ist das einzige was ich dafür vermisse. Was ist das? Das ist ein Rettum-Deep. Ja. Rettum-Deep. Ja. Sektor ist es? Mhm. Da hat man 1 Abwand. 2, 4, 4, 4. Achso, was hast du gesagt? Werbst. Ah ja, genau, das war er. Stimmt, Halk? Ja. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Gewinne, gewinne, gewinne. Äh, Rock Synchron. Röscher? Oder auch nicht? Ja. Ja, brauchen wir jetzt eine Karte. Das ist ein guter Angel. Oder? Ja, das ist ein guter Angel. Röscher? Ja. Ja, wo ist er? Rocks for Rose Attack? Ja. Das macht ihn. Weiß nicht. Aha, ich weiß nicht. Alles sind noch mehr. Die beiden weg. Schaut den Riser? Gute Karte. Riser 1, Black 2? Ja. Action Wild. Sand Token Collector? Mhm. Christy? Mhm. Shoot? Mhm. Elfie? Wait, what? Wäre schön, wenn. Menschen. Nicht für dich so schön, aber... Mhm. Mhm, ich würde mich freuen. Glaube ich genau. Pissi? Ja. Und Red&D? Warte. Ach, ups. Die spielt Perata. Hast du soviel verändert, du? Ich glaube hier richtig... Tracer? Ja. Apps lockt nicht, ne? Was? Apps lockt nicht, ne. Nur Tracer. Ja, ja, ja. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Savage. Effect. Nope. Effect. Ich muss jetzt mal kurz einen Länderwaffel... Schwer machen. Cool. Das darfst du nicht. Oh. Joa, dann würde ich beenden. Wie viele Handkarten? Drei. Wie viele davon sind bekannt? Ja, drei Waren. Alles klar. Und ein Token Collective Grave. Und ein Token Grave, ja. Alles klar. Dann, äh, Draw. Joa. Send by Face. Send by Face. Send by Face. Wann ten? Ja, das ist er klar. Joa. Oh. Me. Das. 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 Und. Naja, das ist ein bisschen zu viel. Ja, du hast zu viel. Die Lanze war zu viel. Danke. Ich will nichts unterstellen. So. Dann auf ein gutes. Jawohl. Ah ja. Ich sehe. Darf ich? Ja, entweder nicht. Ja. Du hast Indeed Prio. Ja. Wer kann, der kann. Wer hat, der kann. Und andersrum. Result? Droys? Vielleicht nicht. Ja. Ich verraten, der Rücken ist nicht. Ähm. So. Ja. Ähm. Machen wir es trotzdem. Ja. Alright. Ist okay. Ähm. Andererseits auf der Hand. Ja. Jetzt im Blick. Ich spiel doch nur 8 Millionen Soft Bricks. Du auch? Ja. Schade. Äh. Irgendwas auf Result. Nö. Schade. Ähm. Schade. Ja. Schade. 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 Ja. 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 Dann wer ist das? Eine Bibliotheke. Erstmal ernst. Also rausgesagt habe ich nicht. Ja. Einfach rausgesagt. Ja. Und nehmen die ja nicht hochführen. Sondern 4 7er Buddy. Zack, zack. Zack. Da brauchst du was. Ähm. Ja. Späscherzimmer? Mhm. Ähm. E-Tick? Ja. Eine Karte. Ähm. Wir wissen nicht viel über, aber das ist eine Karte. Ja, ja. Das ist ein Di-Yu-Gi-Oh. Ähm. Also der ist ganz links in so einer Zone und so weiter. Also hier ist frei, hier ist frei. Einfach das fehlt ja nicht. So. Hm. Jetzt muss ich kurz überlegen welche ich in einer Fläche machen will. Ja. Die wo du irgendwie in Viro rennst. Ja. Naja. Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Dann machst du jetzt mit den Einzelnen von Mönch und dann haben wir das. Ja, ja. Schauen wir es. Ähm. Den reichen die meisten. Dann komm ich da. Irgendwann. Ähm. Ja. 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 Ähm. Link. Hm. In Quiz daran Nudelfieber. Jop. Nudelfiebereffekt. Für den. Gute Karte. Noch nie gesehen. Ne, kennt man nicht. Dann Synchro 10. Red Rose Effect. Box Rose Effect. Habe ich auch nicht, ob da... Glück muss man da haben. Ja, ja. Die Meta ist einfach nur Glück, ganz ehrlich. Gefühlt, ja. Wenn du alles gesucht hast, dann... Ich habe es richtig gescheint. So. Für... Ja, sie hat sie. Perfekt. 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 Welche haben wir jetzt? Drei. Ich kann nur besser überschieben. Ja. Ich kann nur das machen. Ja. Ja. Irgendwas hier? Nein. Perfekt. Perfekt. Genomensamt habe ich nicht. Nein. 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 Chisau. Nein. 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 Was ist besser? Wenn du es machen willst, dann ist es ok. Das kann ja sein blau sein. Ich muss kurz mal durchzählen. Das kann ich immer noch dafür benutzen. Ja, ich glaube ich... Edmir Moye. Noch ein Samurai. Besserer Schutz. Ja. Synchro... 1, 2 nur E-Draw. Ja. Da ist ja mal wo ich meinen Zettel gucken muss. Und mich selber erschießen. Ja, nein, das sagen wir Ihnen nicht. Okay. Ah, genau. Ich habe keine mehr. Stimmt. Ja, ja. Ich brauche das noch trotzdem mehr sehen. Shooting Risers Levelmodulation bleibt wie lang? Bis zum Ende des Zuges oder wie immer? Permanent. Ja. Ja. Laufstuhl. Warte. Sende die... Wie kann ich den senden? Bleibt immer. Ja. Äh... Set die Karte. Und dann fällst ich an dich. Laufstuhl? Ja. Standby. Ja. Main. Äh... Fange ich an mit einem Difflaunch. Deckbarten. Mh... Mh... Fange ich an mit einem Difflaunch. Deckbarten. Mh... 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 Da muss das Kornal. Äh, auch für Salf. Muss ich dann überlegen. Ja. Wer hat es gehabt? Äh, nächstes Fall. Ist klar, muss ich kurz überlegen. Ja. Ist das jetzt fertig? Ja. End of May. Ja. Okay. Okay. Formula, ne? Ah, Formula Effect, ja. Kann schon mal gucken. Und dann... Das ist nur eine Mainphase, ne? Ja. Da ist ein Prio. Dann ist da drüber. Ist das Formula nur in der Mainphase oder auch Bette? Äh, Formula ist meines Erachtens nach... Ja, in der Mainphase eines Gegners. So, wenn wir es jetzt... Perfekt. Okay. Zoppeln. Also verliert sein Monster zu einer Latika. Ja. So, dann immer noch End of May. Ja. Wenn du was gebanished, dann war das, ne? Ja. Und er kann sich protecten. Nur vor Card-Effekten, ne? Vor Card-Effekten, ja. Okay. Ja, das habe ich. Hm. Wofür hat er denn, äh... Minilfieber? Ähm... Wofür hat er denn, äh... Kann ich damit noch aufhalten? Ähm... Du suchst für die Spreadtrap, dann... Ähm... Habe ich das? Dann gibt es immer noch... Oder ist das geoutet? Äh... Ja. Okay. Zusammen. Eins, zwei. Also das eins, das zwei... Ja. Jetzt hast du jetzt das betücken. Oh, ist so jung. Ja. Hm. War das richtig? Nicht ähnlich zu sehen. Die Küsten oder so. Die Discard. Hm. Wo kannst du denn kommen? Äh... Der... Der macht nur einen Normal. Normal macht er was, ne? Ja. Was ich hier mal erleben? Ähm... Was ist denn Lighting Grave? Drei Handkarten? Vier Handkarten? Drei Handkarten? Und davon weiß ich nichts, ja? Nichts. Ähm... Ja. Okay. Ja. Kann ich irgendwas mit in der Hand? Nein. Das sind beides raus. Formula und Moin. Du hast Schluss sein Grave Trick? Ja. Grave Trick? No effect? Hm? No effect? No effect? Okay. Okay. Ich bin Zeckner. Äh... Du kannst vom... Von Hand oder vom Friedhof, wenn du mehr Monster hast. Im Friedhof dann so, dass wir gleich viel haben. Genau. Und du hast einen Rocket in Grave, was ist jetzt momentan dein einziges Target für den Grave-Effekt. Das kann noch. Ähm... It's okay. Grave? Ja. Das ist meine Handkarten. Ich muss gleich ansagen, dass ich die letzten 5 Minuten gleich anfangen habe. 5 Minuten. Und das wäre jetzt der Fall. Okay. Oh... Fistie? Target Fistie? Äh... Target ist es? Ne. Fistie? Vom Friedhof und vom Benno. Friedhof und vom Benno. Ja. Ähm... No effect? No effect. No effect. No effect. No effect. No effect. No effect target? Ähm... Ja. Wie soll? Ja. Lanz. Okay. Dann... Battleface. Lanz. Lanz hat ja auch noch... Lanz hat ja auch noch... Ja. Ja. Ich will auch noch mal spielen. Ja, ich weiß. Ja, das ist gut. Wenn ich spielen darf, dann wird es wahrscheinlich so offensichtlich, dass ich gewinne. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So, wenn du vielleicht hast du jetzt angesagt. Perleface bin ich, ja. Dann... bitte... ich dich so reinplätze machen. Nächstes Code über Baron. Ja. Dann... kriege ich... 1,1 damage. Genau. Enddoppertefels? Ja. Meintu. Ja. Terrence tustier. Ja. Ja. Ni- Matthias. Standby... Mane. Wartel enchantress' effect um dich zu vanischen. Ja. Editing my Dispel from Grave. Mhm. Tustier. Ja. Da fängt er an der Reihe an. Ja, ich drösche das ab hier. Dann, die Shooter fixen und bounceen. Target chain over. Wie viele Minuten noch? Jetzt sind es noch an der Reihe. Dann würde ich in die Battle Phase gehen und erstmal angreifen für 4-1. Dann würde ich in die Main 2 gehen. Ich muss den Armbi outen. Ja, dann No Summon. Und den zweiten Hulk. Dann hast du nichts. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.